Güte oder Liebe ist es, die den Nächsten entdeckt und als ebenwürdigen Weggefährten im Leben würdigt. Wo sonst oft das eigene Interesse im Vordergrund steht, kommt jetzt in den Blick, dass jeder, wie wir selbst, nur das eine ersehnt. Er möchte glücklich sein und Frieden finden. Er möchte wohl erfahren und Schmerz vermeiden. Angenehmes Erleben und unangenehmen Ausweichen. Meta heißt, nicht nur sich selbst Gutes zu wünschen, sondern ausnahmslos allen. Meta ist universelles Wohlwollen, das nicht unterscheidet zwischen Mann und Frau, arm und reich, hoch und niedrig gestellt, gebildet und unwissend. Mögen alle Wesen glücklich sein. In diesem Satz drückt es sich in den wenigen und einfachen Worten aus, denen sich alle Buddhisten zutiefst verpflichtet fühlen. Wer Meta übt, will anderen nicht zur Last fallen, will ihnen keinen Schaden zufügen oder sich ihnen gegenüber nicht rücksichtslos verhalten. Diese Haltung ist die Grundlage einer Ethik, die das Richtige aus der vollen Überzeugung der Ich-Du-Gleichheit tun lässt. Ist Liebe die Antwort auf die Frage, wie man ein sinnvolles Leben führt? Gibt es auf dem Weg zur Erleuchtung Raum für Liebesbeziehungen? Obwohl Buddha seine Ehefrau und seinen Sohn verließ, um im Wald zu meditieren, wusste er sehr viel über Liebesbeziehungen. Seine Lehren, anderen Menschen nicht zu schaden und ihnen Vertrauen und Achtung entgegenzubringen, sowie die Hingabe, die er bei anderen weckte, leiten uns dazu an, unsere Beziehungen zum Partner, zu Verwandten und Freunden zu bereichern und somit wertvoller zu machen. Wenn Liebe von Weisheit bestimmt wird und frei von abhängiger Anhaftung ist, kann sie ein Schlüssel zur Erfüllung sein. Liebende Güte ist die erste der unermesslichen Qualitäten, die geübt wird. Zu Beginn der Praxis bittet man den Schüler, er solle sich selbst visualisieren und dann für sich vier oder fünf Zeilen der traditionellen Gebete wiederholen. Bei dieser Rezitation sollen die Schüler darauf achten, wie sich das Gefühl von Lieben der Güte im Körper und im Herzen bemerkbar macht. Das Gefühl Lieben der Güte entwickelt sich, wenn wir diese Gebete über Tage, Wochen und Monate hinweg mehrere tausendmal wiederholen. Zu Anfang ist es vielleicht noch schwierig, sich selbst zu lieben. Bei vielen Menschen löst dies Scham oder Gefühle der Wertlosigkeit aus. Und doch ist es eine besonders machtvolle Praxis, denn was wir an uns selbst nicht lieben, können wir auch an anderen nicht akzeptieren. In buddhistischen Lehren heißt es, du kannst das ganze Universum erforschen und wirst niemanden finden, der mehr der Liebe wert ist als du selbst. Nach zahllosen Wiederholungen stellt sich allmählich eine starke Liebe für uns selbst ein. Dann wird die Praxis der liebenden Güte langsam auf andere Wesen ausgedehnt. Man geht dabei nach Stufen vor. Zunächst visualisieren wir unsere Wohltäter und schenken ihnen Liebe. Dann die von uns geliebten Menschen, unsere Freunde, neutrale Menschen, schwierige Menschen, Feinde. Dann lassen wir die liebende Güte noch weiter werden, bis sie alle Menschen, Tiere, Erd, Wasser, Feuer und Luftwesen umfasst, ob groß oder klein, jung oder alt, sichtbar oder unsichtbar, bis schließlich alle Wesen in allen Himmelsrichtungen angesprochen sind. In jedem Schritt dieses Prozesses lassen wir das Feld unserer liebenden Güte weiter werden. Wenn wir Schwierigkeiten haben, zur nächsten Stufe weiterzugehen, versuchen wir, unsere negativen Gefühle loszulassen und zu vergeben. Wir erklären unsere Absicht, liebende Güte zu empfinden, bis sich das Hindernis aufgelöst hat. Die Erfahrung, auf diese Weise liebende Güte zu üben, eröffnet völlig neue Perspektiven. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit von den Wohltätern und Freunden auf neutrale Menschen richten, tut sich eine völlig neue Kategorie der Liebe auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017